FANTASTIC Was war denn nochmal die gefährliche? 63 und 76? 63, naja, irgendwie zwischen 76 und noch was Oh, da kommt schon ordentlich durch bei dir Bei mir, bei dir Jaja, richtig bei dir Jaja, hab ich noch einen Affen umsonst? Ja, top Ja gut, die werde ich jetzt erstmal aufrüsten glaub ich Mach mal Den auch noch Und nein, die hab ich auf Katapult egal Oh nein, aber wobei die Molochs ziemlich gut sind Hab ich sie einmal auf Katapult gemacht, kann ja nicht schaden Die Keramics sind die richtig gut Boah, jetzt müsste doch gleich richtig viel Moneten reinkommen eigentlich Ja richtig ey, weil die hat total viel Hass Ganz kleinen, ganz kleinen Plantagen da Ey, jetzt hab ich schon 5 Alter, du hast schon 2 auf Maximum, ich gucke echt nicht zu dir rüber ey Du musst echt mal mehr auf deine Seite mal gucken Alter, ich weiß nicht, wo du die ganze Zeit hinguckst Wo guckst du denn bitte hin? Ja, auf meine Seite Ja, kann doch nicht sein Sind so weit weg vom iPad, weißt du So Ich gucke nicht so viel auf die Seite, wo so viele durchkommen Sieht man ja, 140 Leben immer noch Alter, wie viel er schon wieder an Gold hat ey Oh, hm, ist das gut ey Alter Schwede ey Ist das geil Oh, guckst du dir an, ich kann 2 Stück billiger bauen Dank deiner, dank deines Affendorfs Find ich denn nicht? Weiß ich, weiß ich Deswegen musst du ja alles machen Ja, ich kann meine Plantagengleis mal upgraden Ja, ich hab die alles schon 4 Stück auf Maximum Alter ey Kranker Typ ey Wow Oh, oh mein Gott Easy man, easy Haben wir verloren, auch verloren So, was hast du da gebaut? Nix hat er da gebaut Was hast du da gebaut? Nix So, das hab ich gebaut Ohne Scheiße Wenn ich bei dir bin, dann guck ich dir in eine Brille Ja, unfassbar Guckst du die ganze Zeit eigentlich hin? Ja, das weiß ich auch nicht Oh Leute, der hat auch schon den Gott der Sonne gemacht Ey, wenn du noch Ach, sorry ey Nächste ist die 63. Runde, ne? Nur mal so zu einfach Ja, deswegen mach ich jetzt den Affen nochmal hoch Ja, das wird schon klappen Ne, also ich glaube wir haben verloren, ne? Aber wir haben richtig verloren gerade Ey, hast du gesehen, dass wir verloren haben? Ab irgendeiner Runde rentiert sich das auf jeden Fall nicht mehr mit den Fabriken Aber noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen Wir lassen das nochmal eben So ein Affe ey Noch, äh Drei Stück Da müssen auf jeden Fall noch die Eine mach ich auf jeden Fall noch Und dann fange ich an den Affen abzugraden Ui, danke Er hat ein Katapult gebaut Ja Gott, der Sonne hat er Na gut, das sollte reichen 15.000 Warte euch Ich weiß nicht, was du machen soll Komm, 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 komm Ich bräuchte noch ein bisschen Geld Zack, da Äh, auch endlich die alle hier Fast die Ich brauche auf Maximum So, zack Zack Jetzt machen wir den gleich noch auch noch Dann kann ich gleich auch endlich mal Gott der Sonne machen Ich brauche gleich meinen zweiten Und da haben wir schon meinen zweiten Aber haben wir instant gekauft Geil Geil Einfach weil ich es kann Ja gut, das ist eh Also die Runde ist jetzt echt easy eigentlich Einfach wenn wir mal eine Balanplatte gebaut haben Ja, aber das ist halt das Problem Auf Umplatz war haben wir es ja nicht geschafft, ne Ja, weiß nicht, was wir da gemacht haben Zweimal, ja, das wird auf Umplatz war so echt schwierig Naja, komm, wir werden nicht mehr Blumen schon Denkt man jetzt wieder so Oh, wir schaffen das locker auf Ja, lass mal Umplatz vormachen, ey Ja, vernehmen wir wieder Ja, nur wegen dir Warte mal, Runde 76 war die schwere Was baue ich denn mal? Was ja nicht Was baue ich denn mal? Äh, mal überlegen, ne Ich baue mal so einen Schredder Mach mal, baue mal einen Schredder Ich hab den nächsten Gott der Sonne So Mein Gott, es ist einfach, ey Ich hab 21.000, 23.000, 24.000, 25.000, 26.000, 27.000, okay Ist ja mittlerweile schon traurig, ey, wie das hier abgeht Das war heute mal nicht geschafft Ja, weil es auf Umplatz war einfach viel schwerer ist als auf, äh, schwer Ach, das ist doch eine Lüge Was hab ich jetzt, ähm Ja, komm, eine, können wir noch Einig, können wir noch Was hab ich jetzt noch Was kann ich dir mal bauen? Ich weiß gar nicht Ich hab so viel, was dann So viel Gold hier zur Verfügung, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich bauen soll Ja, das ist richtig Scheiß auch nicht Ich hab mal super auf dem Fanclub gebaut Hm 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 43.000 Ich hab 58.000, aber ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll 58.000, naja 61.000, naja Was mach ich denn jetzt mal, verdammt Schau nicht, keine Ahnung, was ich hier machen soll Hier komm Er sieht gut aus Er kriegt jetzt noch ein Brüderchen Schon mal auf Start Oh Komm, wir werden jetzt noch einen daneben Wir werden jetzt noch einen daneben Zack Wir haben ja Schredder noch dazu, damit hier keinen Dumpen mehr durchkommt Das ist alles Alles wird eingesaugt Ich brauch mehr 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 Das müsste jetzt eigentlich trotzdem noch reichen für beide Oder? Ne, nicht ganz glaub ich Brauchst Du ein bisschen Kohle? Ne, reicht noch Hä, ich dir jetzt den nächsten geben Du hast ja auch nur 43.000 Ja, ist viel zu wenig, oder? Kann ich kaum was machen, ne 7.000 oder 45.000 daraus gehauen für nagelminen wir haben jetzt einen schönen totenkopf auf sich drauf glaube nicht dass wir die rumgeschaffen knapp werden richtig knapp auf jeden fall wieder 30.000 recht kritisch wieder 30.000 ich weiß ich weiß was ich gleich mache aufgeben ich habe echt verloren kann man aufgeben ja ich weiß was ich gleich mache ja aufgeben habe ich jetzt noch eine runde warten nein warten das kannst du nicht machen kannst du nicht warten ich habe jetzt auch schon wieder 50.000 das ist unglaublich die bananen dinger da was ist denn wie viel kriege ich denn dafür fast nix ich habe gehört runde 83 wäre die schwerste von allen naja ist doch nicht ist auch nicht easy jetzt wie viel hast du angold nix gerade denkst du hab ein paar schredder gebaut ja ist gut ja wenige wenige 70.000 ein bisschen fehlt mir noch für was ich jetzt nehme ich den tempel des affengoldes verlangt einen hohen preis alle türme in der nähe werden geopfert wodurch die ohnehin schon fantastische kraft des tempels ja ja blablub so nur deine ja klar nehmste deine ja hoffe ich mal nicht das kriegt zwar kein gold mehr aber ist mir auch egal ich gehe einfach mal schon mal alles verkaufen der rasiert die nämlich jetzt einfach alleine ok wenn du alles alleine machst dann kann ich ja schon mal alles verkaufen ja naja jetzt bist du gegen den somn gesammt soll ich auch den tempel des affengoldes verlangt verloren ach quatsch yeah sag doch dann wenn wir gewonnen haben ey du bist was hab ich was 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 nichts nichts ja leute das war auf jeden fall folge 1 600 dollar auf fünf münze wie folge 1 bist du doof was folge 1 von was von bluns das ist nicht deine erste folge was nein jetzt für heute die erste folge das wollte ich sagen jetzt ach so ja natürlich also wie ich sage wollen wir die stecke nochmal auf dem platz probieren easy lass mal einen anderen stecker auf dem platz probieren ach da mit der schiss na gut dann danke fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat dann lasst mal einen daumen nach oben da bis demnächst tschüss alles klar tschau